Aja, dann willkommen zurück. So, da müssen wir jetzt noch die 11. Folge sein. Das war's für mich jetzt nur noch, die letzte und die nächste Folge. Da wird sich dann jetzt nicht mehr so viel zuhören. Ähm, da bleibt vielleicht nochmal. Da muss ich ja auch laufen. Oh, ich finde nur ohne Fugel. Hm. Das ist der Ende. Ähm. Oh, na, na, na. Oh. Schauen wir den jetzt. Ja, die haben wir einen Stick. So. Ah, ist ne schöne Gegend. Ah, guck mal, das Sand also. Ah, aber wir rosten jetzt vorerst in den Augen. Ah, guck mal, guck mal. Okay. Ich bin ein Karrer, ich bin ein Karrer. Ich bin ein Karrer. So, äh... Äh, nekst es mal geht's, Herr Döse. Fünf, drei, oh ne, fünf, kleiner. Einmal ein bisschen klein sein wird mir aber immer noch schön hacken. Du bist ja gerade noch. Da könnte man echt eine Brücke bauen. Da so und da noch da. So. Blötsch. Oh, zum Beispiel. Sogar. Fast sechs. So. Äh, Medaille holt da rein. Mach dem ein bisschen was auf die Reserve Nummer eins. Hä? Is there a cow or a fish? Oh, wow. Oh, wow. Fischangeln, da siehst du, da werden so ein Ding mit so einem Gift anzureihen. So viel Ski, ich brauche noch eine Anpufft. Juhu! Oh. Oh. Fischi-fischi. Da. Was sind unten? Ah, da liegt noch, oder? Da liegt doch. Da liegt noch. Da war eine Invisorskrise mit Ochtab. Du schuhe! Du schuhe! Du schuhe! Wollen wir noch 20 Schuss? Brauchen wir jetzt einen Kühlschrank. Das muss einmal groß arg aktivieren. Nachdenken. Das ist der Kühlschrank. So, ich schieb jetzt auf und mich schieb jetzt was. Okay. Meine Hälfte ist jetzt verbaucht. Ich gehe mehr, meine Hälfte. Nein. Oh, ich habe es auch nicht benutzt. Oh, das ist ja interessant. Ziemlich. Hm. Nein. Ich habe mal gedacht. Geht jetzt noch mehr. Ach, doch. Oh, ich habe es nicht benutzt. Oh, ich habe es nicht benutzt. Ich habe es nicht benutzt. Ich habe es nicht benutzt. Oh, ich habe es nicht benutzt. Nicht nur für viele Leute, die Flasgeräte sind. Mh. Ich würde mich also nieder und noch ein Bier, das können wir noch ein bisschen machen. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Ich weiß nicht, wie ich es mache. Das ist echt laufend. Das ist echt laufend. Das ist auch viel jetzt. Da brauchen wir mehr viel mehr. Hey du, jetzt kurz den Katz machen wir jetzt in der Weiße, ach so warte mal, diese Versprache noch, ich hab echt was verbraucht, so, da haben wir noch ein bisschen was, wenn wir mir noch ein bisschen was rauszumelden, was hier bleibt, na, das reicht jetzt mal, so, ich hoffe, ich weiß eh nur, äh, Chintin, ne, oh, äh, keine Ahnung, das ist gar nicht genug, ich hab hier gerade, äh, sonst, hm, Bibo wird es eigentlich auch gar nichts sehen, bestimmt auch, oder, Bibo wird es gar nichts sehen, bei den ganzen Flüssen, Bibo wird es aber gar nichts sehen, hm, ich denke ich, da hätten sie eigentlich ruhig ein paar Platz hin können, ne, da gibt es so viel für sonst keine Ahnung, kann man sehen, Bibo, ist eh komisch, hm, so, da bifft ich dann das noch mal mit dem, und dann darf ich noch mal schauen, ob wir ihn Bibo finden, ist es nicht dunkel, oder was? Ah, das ist, das ist, das ist die Fische, man denkt, das ist viel dunkel im Spiel, aber, äh, das ist nicht mehr richtig, äh, das mag ich überhaupt nicht in Ack, das ist, es wird hell, und da denkt man, äh, ist jetzt auch irgendwie leicht viel vorbei, ne, es ist wie eine Szene, ich finde, dass irgendwie, das Problem ist einfach, äh, dass ich zum Beispiel, wenn es dunkel draußen ist, ich sehe trotzdem gut, ne, ich glaube, ich glaube, der Charakter ist einfach, er hat einfach ein Problem mit dem, äh, mit dem Ding, nicht, oder, 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 oder. Ich muss immer, bis ich bei Hellseiner mit, und all paar Sieg, noch heute. da kracht, dass er eine schlechte, äh, Sicht hat, oder, keine Ahnung, ob der Neumon auf seine Brünn gehackt hat, oder, 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 um sich, oder den Ding, Da hinten wird die Sahne Da ist Amos Oh, da weiß ich nicht, wenn ich sicher bieber Das Ding Seh ich grüß Oh, da ist kein bieber, weil man das wird Der typische bieber, äh, da ist in Englisch Der ist aber fertig Du bist ja fertig Und vielleicht ist er ein bisschen flach Eigentlich Eigentlich Bisschen sehr flach, ne? Gehen ruhig bis hier Gehen ruhig bis hier So Die Drei Die 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 So. Ah, ein Tinnis. Aber ich glaube, das ist nicht der der nächsten Folge einmal zur Bäckerei. Da gibt es nur gute Sachen. Vielleicht auch immer ein Nuggerkosan. Okay, da. Der Krokodil. Hm. Würde nicht A ausreichen, aber etwas anders. Ja. 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 Bueno. Ja. 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 Ja, ja. Ja. äh, äh, woher es vielleicht umruft ist. Ich weiß wohl, wie sie zusammen trinkt. Ähm, wie seht ihr? Ich will hier nicht rein. Mit dem kommen wir ja gut, ähm, kein Dino-Farm. Äh, die machen ja dann draus automatisch gleich. Oh, das ist ja schön. Äh, das ist eh der, der See, oder? Obwohl, die alten Barser sind ja nicht, oder? Ehm, jetzt haben wir versucht, Junge. Ja. Oh, da wird, da muss auch keine Bibel drin. Ja, nicht wie wir sehen. Und dafür. So. Da muss ich zwei Hügel nachher füllen. Ja, da wirft ihr. Du warst mit, nein. Ja. So, das ist gut. Noch ein? Noch ein Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz-Ritz. Oh, du bist der gute Steckro. Das war 170. Das ist Maxwell. Aber bei mir. Das war's, na. Wo ist denn der Lagenkühl? Wo läuft es ein? Jetzt darf ich stehen. Oh! Der Text ist ja nicht auf ihn geschlossen. So, und wenn wir schon da sind. Dann können wir da noch ein paar Bären zu holen, die wir mal wieder verbrauchen. Da waren die Bösche, oder? Da sehe ich schon die Ahnung. Aber wenn ich meine Dinge da habe, noch geht das hier nicht. Auf der Wurzeln. Es wird mir nicht die Menü verlassen. So, und auf dem Fernseher wieder drinnen, dass er sich nicht auf den Silber ausschöpft. So, da. Ja. Ich bin mir oft die gleiche noch aus. Da in der Höhle. Hauptsatz. Momentan mehr. Etwas in der Ober. Schlechte Formen. Hm. Nein. Es ist in der Berg nicht mehr geworden. Eher in der Bocke. Aber jetzt bist ich. Ich glaube, wie viel. Stein. Los. Hallo. So. Dann wird sie erst doch das, äh, das... Äh, das... Also. Oh, oh. Steh mir wieder. Ah, ist es... ...hat. Und wenn man drauf geht, dann kriegt er nicht. Dann bin ich dann blüht und ruft. Ich bin zu da. Du bist... Aber jetzt hofft diesen Bug, dass der nie ausgekriegt hat, diesen, äh... Lop-Bug, das muss er hier immer, das muss er eigentlich... Kann man jetzt nicht forschten, dass das so kommuniziert ist. Das ist besser. Ach, Herr Dien. Ah, der Vogel. Er rufe, er rufe, er rufe. Hm. Wie warm wird das jetzt noch hermfunden? Kann der erste Ding. Der Vogel. Der Vogel. Sieh, das wird ja wirklich noch. Okay. Der Diem dass geht. Dann rein sie. Okay. Eww! Ich kann nicht mehr Zwift. Ich kann nicht mehr Zwift. Ah, es ist... Ah, ich bin nicht... Ich bin nicht mehr Zwischen. Okay, ich bin nicht mehr Zwischen. Äh, so war ich nicht, warum kommt. Er hat eine Waffe in der Hand und steigt auf den Vogel. Aber auf den Vogel haben wir die aber benutzt, ne? So weiß ich, ob er es automatisch ablegen, ne? Das ist eigentlich eine schöne Gegend, ne? Für die Basis. Was ist das? Ich glaube ein bisschen so herum. Äh, ich glaube das geht schneller. Kann man bei schneller. Oh nie. Vielleicht müssen die, die, die zweite Ding, äh, auch noch mal abquemen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was ist das? Weißt du vorst. Wo ist das? Oh, was ist das? Oh, das ist ein Bicke. Letzter auch. Ich finde sie immer. Ich brauche auch die Uwe, die ich finde. Na, tsch. Vielleicht mit Uwe. Ja, dann. Da ist ein Ding. Na, tsch. Er zuerst. Ah, jetzt steckt die Füße. Das ist doch. Aha. Ab dem Schraubchen sie bloß ja noch mal gewinnen. Okay. Ich hole mal hier nur einen Weg, glaube ich. Ja, aber ich muss ja keine noch mal gewinnen. Wahrscheinlich können die die anderen auch noch einmal gewinnen. Dann wäre es eh schon meisterhaft. Änden ist Wasser. Ich habe doch gewusst, dass ich da in Uwe mal was zu ziehen habe. Aber da wäre ich das alles so als wie ein Fieberfieber. Obwohl ich da auch irgendwie so ein bisschen biebermäßig auch schon bin. Weil es ist auch einfach ein bisschen geflochten. Äh, das ist eine Höhle. Das ist ja ein cooler, äh, cooler, äh, halbige Beans. Was? Wo war da hinten? Wo war da? Wo war da hinten? Wo werden wir oben sein? Wo oben sein wissen wir? Wo wird es? Wie sitzt da hinten? Hmmmm... Da... Und du, und du, und du... Oh! Oops! Hit! After! So... No switch! I forgot where the people missed you guys. Hmmmm... Gibt's do a Pio? After that... Hmmmm... Ah, ich fausse... Na, das wär mir so typisch... Ja, das mag ich. Und ich lauf... Äh, ich hier... Lick, ich lauf... Lick, weiterlaufen... Und ich... Ja, das wär aber... Hübscher Platz eigentlich... In der Basis... Da... 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 Na, ne... Am Wasser am Schluss... Und wenn wir... Mal jetzt noch... Gute Aussicht... Gute Aussicht... Hmmmm... Hih, habla... Oh, ma... In der Basis ... Ehm... Wwwu... Wwwu... Wwwu.. Wwwu... 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 Wwwu.... Guck mal, das ist auch ein bisschen Wasser. Das hört aber auch gut aus. Da noch ne Öl-O-Sauce, ne? Gott, das wär echt gut gewesen, ne? Ah, da gibt's Ding. Oh, da stehen wir jetzt rein, wenn der Klasse kommt, oder? Ach, das ist schon mal so. Ich denke, dass wir das nicht gemacht. Der, äh, Mäppen, oder? Ah, da hinten ist er nicht. Guck mal. Guck mal. Oh. Ah, jetzt legt er nicht. Ah, Schuss hast du noch. Oh. 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 Oh, irgendwie der Abdo-Krax-Fuss. Ah, Bier! Abdo-Krax-Fuss mit der Axt aus. Nein. Zwei Bier. Oh, schaut das aus. Hm, noch passend, da sind der Akron hier. Oh, da gibt's Griffins. Oh, schon, da kommt ein bisschen anders aus, wer er ist. Ich finde, wo er auch noch nicht mehr gibt. Aber wie das immer so zerstört, dass die so... Vielleicht hat der eine Tür. Das ist so ein Zufall. Ich dachte das ist immer so crazy, wie die wir flogen sind. Bei Agenda ist das nicht so chaotisch ausgetauscht. Wenn die... Und ich will ja auf der Docht irgendwie... Äh... Es werden griffen und äh... Ah da gibts BBB, wenn BBB war. Ja... Okay, nachher haben wir eh grad... Gibt's da ein Ding, die man... Wenn da wie ich es rein tue, die furcht ein bisschen zu tief, ne? Weil die Dämmen sind immer... Und wenn du noch weißt du so... Das sind ja essig die Dinger... Aber ich fühl mir gleich mal trotzdem raus, oder? Vielleicht ein bisschen... Oh... Hm... Eben... Also das, was ich besitze... Wenn ich so nie... Dämme irgendein... Aus dem Tragenrock, oder... Center, oder Eisen denkt... Und so sind die eh auch... Halb so... Dürfen... Dürfen... Unsehen. Dürfen... Ein Wiesel... die Dürfen... Ich bin der Grund, wenn sie das noch nicht tun... Aber imетend... Dürfen... Schau, warte mal, gehen wir weiter ruhig über die Steinbrücke. Echt jetzt am Strand, wie immer wo. Na, manche verstehen, das ist ja leicht zu außerhalb, aber da sehe ich jetzt auch nichts. Es ist ja so abgekantelt, das, ne? Ehm, ne? So, dann der Moller, äh... Ich glaube, der Moller muss man ihn nicht ganz so gut machen. Ich glaube, der Moller ist nicht so gut. Ich glaube, der Moller ist nicht so gut. Ich glaube, der Moller ist nicht so gut. Ne? Upsi. Da ist ja irgendwie so gerade noch oben da. Ah, das ist ja noch eine. Der Moller ist nicht. Wurde aufgewassen. Oh doch, das ist das Tierfisch dafür. Ey, das ist ja das mit dem Biber. Das ist immer eine Spielerei. Oh, wir kommen zu Bibern. Ich bin jetzt trotzdem jetzt ein Käse. Entschuldige. Uah! Das wird erwischen mit in der Luft. Das ist jetzt schon dabei. Was schon? Was noch rum? Ja. Geht doch, geht doch, geht doch. Uh, da kommen sie. Geht doch, geht doch. Noch was hier, dass hier der Endkirche sind! Das ist echt gar kein Flipp-Ding. Zwei Nächen noch. Mag ich jetzt. Was wirst du ganz viel wieder hinsetzen? Und ich hat tagsmit Ben auch zu tun? Ja, eben. Ich muss sagen, da werde ich ein paar einziehen. So, jetzt da, ne? Warte mal. Viel Spaß beim nächsten Mal. Okay. Okay. Ich bin jetzt hier. Ich bin jetzt hier. Da wie ich hier bin. Oh, das ist cool. Dann wird die E-Farmen. Brav. ich finde ich manchmal so komisch aber jetzt ist ich ja nicht nicht aber nur noch 1 1 2 1 1 2 so abu abu Ah ja, gegen einen Noto. Boah, 80. Er hat 80, muss er nicht 80 Mal zur Anlage. Obwohl er in mir loslärmlich hätte. Egal, ob ich nicht öfter bin oder nicht. Ich habe einen Pêge. Ich habe einen Säkztekst. Ich habe einen Säkztekst. Ich habe einen Säkztekst. Was ist der Fall? Ich habe einen Säkztekst. Das ist ein Fenster. Okay, meine Basis eine brauche. Das ist ein Teil. Was ist da schon los? So, was haben wir jetzt? Okay. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Tschüss.